Hallo und Willkommen zurück. Rüstung ist im Eimer. Ich hole das Zeug. Machen wir hier einen Abflug. Wir müssen uns neu ausrüsten. Ist nur die Frage, wie erlegen wir ihn? Ah, das Zeug lassen wir ihn liegen. Das sieht keine Sau. Ja, mit einer kaputten Rüstung brauche ich ja nicht antanzen. Wir machen jetzt erstmal einen Abflug. Macht keinen Sinn. Das macht denn absolut keinen Sinn. Dr. Tully Und wieder runtergefallen. Ich hab's voll drauf. Boah. Reco. Reco. so legen wir mal erstmal wieder die daten um ich wollte dass das ich muss erst mal neu ausrüsten okay da komme ich so nicht weiter ich bin dafür noch einfach zu schwach müssen wir erstmal essen mit mehr buff food und sowas machen habe ich komplett vergessen ich habe keine rüstung gar nichts wenn wir versuchen jetzt einfach schnell nach hause zu kommen dann wenn wir uns ausrüsten buff food herstellen dann dürfte ja ein sicher kein problem sein würde ich jetzt einfach mal so behaupten na wo ist denn mein da ist mein zu oh mein schild muss auch reparieren gut dann rüsten wir uns eigentlich neu aus ausgesetzt der kumpel holt mich ja nicht gleich wieder runter hat finger liegt auf es na komm na komm außer da hinten sehr gut dieser helm ist so echt so gold wert ja gut reparieren äh helm reparieren 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 gut mhm mächtige klumpen was brauche ich für klumpen 40 batzen und dafür brauche ich okay ob er dir aufs maul ob er dir noch was drauf geben oder ob er dir was geben das müssen wir noch rausfinden ähm das brutzelt ja komm acht stunden schlafen das kriegen wir hin das sollten wir hinbekommen gut was trinken so ähm gut ähm gucken wir mal wir können bestimmt das das möchte ich noch nicht aufbrauchen das ältige batzen nee das was was da oh wo warst du gut ist das das gut äh können wir eigentlich irgendwas neues bauen es gab ja ein großes update ich hab keine ahnung muss ich echt mal nachschauen ne 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 Kann ich dir Butterhelden? Höchste Panzerung. Hofbewertung. Aha. Höchste Panzerung. Höchste Panzerung. Okay. Rächtiges Juwel. Boah, ich muss unbedingt Zeug sammeln gehen. Ähm, wir brauchen definitiv Gesundheit. Bissiger Zorn. Boah, ich muss eh Zeug sammeln gehen. Was müssen wir noch geben? Das. Das. Kann ich ein Stechmücken-Dings draus bauen? Ich hab so viel Zeug, ne? Kann ich mir noch irgendwas holen? Drei. Können wir noch irgendwas aufbessern mit drei Heilungen? Ey, da ist da nicht viel. Guck mal, Dorstabzug ist zwar nicht ganz so wichtig, aber wir brauchen noch auf jeden Fall Ressourcen. Höhe Klebstoff. Und all sowas. So. Ich kann mal braten. Wenn ich mir bloße Fläuße kappen? Na komm. Na komm. Na komm. Auch gar nicht so verkehrt, ne? So ist man gar nicht so schwach. Gut. Dann holen wir noch ein bisschen Saft. Dann können wir noch ein bisschen Zeug erlegen. Und uns gegebenenfalls... Ich hoffe, die Fäuste leveln bald mal. Na komm. Na komm. Ich hoffe, die Fäuste zwei. Geil. Äh, Status. Jetzt die Sache. Wann kriegen wir kleine Fäuste drei? Na komm. Schön auf die offene Fläche hier. Komm. Ja komm schon. Da drüben sterben sie auch schon wieder. Ich hab echt das komplette Bufffood vergessen, ne? Dafür haben wir einen halb runtergehauen. So. Sind wir gar nicht so schlecht. Hopp. Wollen wir noch ein bisschen Tool mitnehmen und uns komplett durchbauen? Na komm. Jetzt können wir am Feuer abraten. Wieder Futter. Wollen wir noch ein bisschen weitergehen. Oha. Oha. Du Heiland. Okay, wir brauchen noch Madenzeug. Ähm. Wir können ja noch mit Brotlaibe machen. Oha. Jetzt ist es Bufffood. Stimmt. Komm. Na komm. So, wo ist Marienkäfer? Den holen wir auf jeden Fall. Hallo. Oha. 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 Na komm. Komm. Na komm her. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin an, richtig Spaß zu machen. Hallo, Mad. Komm her. Deine Fäuste ist der Hammer. Äh. Da ist der Bomb. Da sollten wir hin. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau, rohes Madenfleisch. Nehmen wir mit. Ja, hier müssen wir ein bisschen Ohren aufhalten. Rolfspiel ist das Problem, sondern das mutierte Vieh davon. Habt ihr doch gehört. Hier rennt da jetzt irgendwo das mutierte Vieh rum. Ah, no. Madis. Ich muss mich ausrüsten. Dazu muss ich Maden abschlachten. Da. Okay. Ist nicht weiter schlimm. Was ist das mutierte Vieh? Alles sieht gut aus hier. Was ist das gewesen? War das jetzt der Koi? War das jetzt der Koi? Was ist der Koi? Boah, das hat sich echt wild gerade angehört. So. Guck mal her, mein Freund. Ich muss immer noch leveln, Leute. Ich will den Kumpel da hinten einfach mal aufs Maul hauen. Ähm, nee. Die brauch ich nicht. Ameisenbrocken, ey. Kommt, ganz ehrlich. Wohin nicht. In dem Zeug so viel rumfieh. Okay. Weg. Ach, du Scheiße. Oh Gott, seid ihr nervige Viecher. Ich muss das Zeug jetzt mal wiederholen. Ihr seid so nervig. Ähm. Kinderbox. Ich hätte auch Forschungsstation machen können. Ah. Ihr seid so nervige Viecher. Und wieder hin da. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal zwischendurch schlafen. Oh, seid ihr nervig. Kann ich wieder schlafen gehen? Also können wir gleich entlatschen. Okay. Ich glaube, ich muss Tali besiegen. Euer Ameisen-Teil. Ich muss sie erstmal einmal besiegen. Ah, da hinten hinkommt ist nicht das Problem. Großer Ork im Anmarsch. Ja, 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 ja. Mein Zeug wiederholen. Wie wichtiger. Ich brauche gerade das Zeug, was da drin ist. Ich brauche es einfach. Ich höre sie doch. Ich hoffe, all meine Dinge sind noch hier. Oh. Hör zu. Merkige Viecher. Habt ihr mich so was Sinnvolles fallen lassen? Natürlich nicht. Kann ich ein paar Foodkleid daraus basteln? Das sind schon echt eine Menge Tiere, die man erlegen muss, ne? Dafür. Oh. 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 Da. Da haben wir heute ein bisschen was. So, ab nach Hause. Einfach Buffen herstellen. Oh ne. Na komm. Weg. Weg, 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 weg. Gib mir... Weg. 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 Okay, er greift also die Org-Viecher an. Okay. Er greift selbstständig die Org-Viecher an. Also sollte ich mit zum Tully-Kampf nehmen. Ich will euch echt loswerden, ne? Ihr gebt mir hart auf Eier. Komm. Ihr gebt mir hart auf den Sack. So. Ich patsche mal das Buff-Foot zusammen. Ich kann doch jetzt hier noch dran rumpasteln. So, ich brauche Pilze. Ähm... Tak, Nahrung machen. Ich brauche Pilze. Pilze sollten ja nicht das Problem sein. Da. Viecher zerstören. Einfach Viecher zerstören. Geil. Ja, komm. Ja, mit K1-V-Allergien. Ja. Sehr geil. Sehr schön. Was macht ihr hier? Das ist so cool. Okay. Ähm... Alles eingelagert. Oha. Okay, okay, okay. Ähm... Reparaturkleber. Ich glaube, ich muss mehr Spinnenrocken sammeln. Gut, können wir jetzt schlafen. Nee, noch nicht. Noch zu wach. Ähm... Jetzt haben wir mal ein paar Spinnenbrocken. Während wir noch sehr wach sind. Jawohl, komm her, ja. Ausmauern, komm. 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 Da ist noch einer. Ich brauche Spinnenbrocken. Na komm. Ei, 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 ei. Komm. Ich guck. Nerv. Komm. Geile Nummer. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Noch irgendwas. Ich spät haben wir es. Ah, noch zwei. Flüttel. Flüttel. Komm. Komm, schau. Komm. Nein. Nein, komm her, ja. Spinnenfarming. Ja, die werden eh bald einen großen Angriff planen. aber dann krieg ich wieder mehr ressourcen ja kein problem ey, schlatsch doch ich so etwas mit Schildkirchen oder? Na komm. Kein Spinnbrocken. Acht, äh. Hier brauchen wir noch eine dicke Spinne. Oh, da ist er. Da ist er. Oh, ich brauch raus. Drei Eingriffe. Ah, komm. Nein. Boah. Ah, komm schon. Komm. Den Spinnbrocken. Eieieiei. So. Was war das? Ja, irgendwie muss man voll so hochleveln, ne? Irgendwie muss was funktionieren. Den wir ja gleich mal einstampfen. Ähm. Ähm. Äh. Vertrug lieber. Gut. Ich hab... Ich hab... Es geht mir nicht auf den Sack. Sack. Mein Leuchthelm ist... Pain. Mein Leuchthelm ist kaputt. Gut. Ich würd sagen, ich leg mich ins Bett und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.